wir sind auf dem weg nach florenz wir waren jetzt sechs tage in polonica der stand war super bisschen über voll überfüllt wir konnten da gut essen aber viele so freizeit aktivitäten gab es leider nicht also war das nur die möglichkeit wirklich strand und es zu gehen abends eventuell auch in der bar meinerseits hat schon gepasst war schon schön aber ich hätte gern mehr freizeit aktivitäten gehabt da war sehr sehr wenig eigentlich da und jetzt gehen wir nach florenz da bin ich mal sehr 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 gespannt da soll es ja mega sein wir haben jetzt aktuell noch 55 kilometer und dann sieht man sich wieder im hotel bis was geht ab sichtlich angeschlagen im hotel angekommen verkehr war katastrophal also ich kann es kaum beschreiben wir haben glaube zwei stunden bis zum hotel gebraucht circa zwei stunden weil überall so verkehrsberuhigte straßen sind das ist schild mit so einem roten kreis und wenn du da drüber fährst also wenn du da in die straße ein fährst dann wirst du video mit video überwacht und dann kriegst du eine strafe von 100 euro und unser hotel lag genau zentral also wir mussten da jedes mal wo wir rein fahren mussten laut navi war natürlich so eine verkehrsberuhigte gegend mit zum schild und wir sind einfach nicht zum hotel gekommen mit dem auto wir sind nicht zum hotel gekommen katastrophal das hotelzimmer ist ja schön ja ein bisschen klein aber es geht genug platz ich zeige es euch mal kurz hier das bett hier einen tisch falls ich mal was schreiben will oder ein buch lesen will hier ein schrank die aussicht wunderschön wunderschöne aussicht fällt mal ich lasse lieber doch den vorhang drüber die minibar sehr gut versteckt so das bad ein bisschen größer als das letzte zimmer auch wesentlich schöner muss ich sagen aber auch wesentlich günstiger das andere war glaube ich am strand deswegen war es so teuer ja und jetzt würde ich euch mal mitnehmen in die stadt mal gucken vielleicht geht die laune dann ein bisschen nach oben mal schauen so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind jetzt mittendrin in Florenz, richtig geil, gefällt mir richtig gut, hier gibt es mega viele Geschäfte, zu viele Geschäfte für meinen Geschmack, also wir wissen gar nicht wohin, links, rechts, geradeaus, hinter uns überall sind Geschäfte, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ich halte euch auf den Laufenden, die geilsten Sachen zeige ich euch, natürlich kann ich das jedes Mal filmen, weil die Leute immer so gucken, so was macht der Spinner da, und ja mal schauen, peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben einen Laden gefunden, alles handgemacht, richtig, richtig nice, taugt mir richtig, ich zeige mir mal ein paar Sachen. Richtig geile Namen. Also alles handgemacht. Also alles handgemacht. Richtig, 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 richtig nice. Richtig, richtig, richtig. Richtig, richtig, richtig. Okay, wir schauen uns jetzt ein bisschen hier oben, ich glaube ich habe genug gezeigt, bis dann. So, ich habe mir gerade was gekauft. So, ich habe mir gerade was gekauft bei ihm, richtig nice, er hat es mir gerade noch ein bisschen größer gemacht, schaut richtig killer aus, das hält ein Leben lang, selbst gemacht, also wirklich handgemacht. Das ist der Christian. Das ist der Christian. Say hello. Hallo. Richtig cooler Typ. Richtig cooler Typ. Der hat einen richtig geilen Laden hier in Florenz. Florenz. Ich schicke euch sein Instagram auf jeden Fall runter, schaut vorbei, richtig nice, wirklich nice. So, wir sind wieder im Montellzimmer, fix und fertig, wir haben glaube ich die ganze Stadt durchgekämpft, richtig coole Geschäfte waren dabei, auch richtig coole Restaurants, wir werden da jetzt dann nochmal essen gehen und dann legen wir uns nur noch hin, also komplett am Arsch, morgen früh um 37 Uhr geht es wieder zurück nach Deutschland. Das Bett in dem Hotel ist ein bisschen weicher als das andere, die Nacht wird ein bisschen besser, ich habe schon echt Rückenschmerzen, weil die Matratzen so dermaßen hart sind, aber naja, da muss man klarkommen. So, was wir heute noch so gemacht haben, wir waren heute ein bisschen einkaufen, haben ein bisschen was gekauft im Massage und Gucci Store. Jetzt werden wir dann noch essen gehen und das war es eigentlich, viel werden wir nicht machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das war mein erstes Vlog. Bis dann!